Es wird ein Abenteuer sondergleichen. Oh, ich habe diese Höhle gefunden. Darin ist sowas wie ein Labyrinth. Clara, das solltest du dir unbedingt ansehen. Ich komme mit. Hört sich nach einem überaus edlem Unterfangen an. Dann haben wir uns aufgeteilt. Mehr oder weniger erfolgreich. Clara, wo bist du? Ein Thron? Aber niemand, dem er gehört? Dann erhebe ich Anspruch darauf. Hui! Ähm, Raphael? Hagen? So etwas habe ich schon einmal gesehen. Die Mühle ist das perfekte Instrument für die Schulung des magischen Intellektes. So etwas, was du nicht besitzt, Clara. Oh. Du magst exzellent sein in den anderen Fächern, aber zu naiv, um nicht jede einzelne Falle mitzunehmen. Es hat sich ausgespielt, du dummes Gür. Ah! Das Siegel wurde gebrochen. Das Spiel und Weiß beginnt. Uh! Motorikus! Der erste Zug wurde gemacht. Dann kommt der hier hin! Motorikus! Da steht, wer den Thron bestieg, brach das alte Siegel. Eine neue Ordnung wird kommen, die die Zukunft verändert und die Vergangenheit hinter sich lässt. Neue Kräfte werden erdeckt. Das wollte ich schon immer machen. Göttlich! Motorikus! Alle Steine sind im Spiel. Mühle! Oh nein! Wer das Spiel verliert, der ist dem Untergang geweiht. Welches Spiel? Mühle! Oh nein! Ich habe schon wieder einen Stein verloren! Du bist einfach nutzlos! Ich habe es ja gesagt! Aus dir wird nie etwas! Bitte nicht hauen! Du kannst es nicht und wirst es nie können! Ich kann es ja wohl! Motorikus! Mühle! Regel 5 Absatz 3! Wer nur noch drei Steine hat, darf das Spielfeld umspringen! Ich... ich habe es geschafft! Es führt alles zusammen! Was... was ist damit gemeint? Na, die Zukunft führt alles zusammen! Göttlich! Wie geht es? Hallo!